Das ist klein, das macht dich nervös. Das ist Spitz vom Militär, das macht dich auch nervös. Greif dann. Der wohl denkt, dass er ihn in der Waffe nehmen kann, soll er kommen. Ja, nein, aber wenn mir jetzt jemand was mit dem Messer antragen will, dann habe ich da auch gar keine andere Wahl. Ich gehe auch jetzt nicht so. Nee. Ich gehe durcheinander. Ja, genau. Das hat man auf dem einen Foto gesehen. Ja. Der ist klein. Auch keine Schotze. Okay. Warum hier 1, 2, 3? Da kommen die ganzen Dinge. Okay, du schneidest hier Bumba. Keine Chance. Das ist der Messer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, wenn der kommt möchte, der Fabian will jetzt blocken, okay? Ja, egal was ich da mache. Das ist egal, wo ich mitkomme. Ja. Komm mal. Absolut. Nein. Never. Okay. Was kann man gegen ein Messer machen? Abbauen. Wenn du abhandeln musst, abbauen. Okay. Entschuldigung. Gut, wenn man nicht wegkommt. Okay. Entschuldigung. Maul. Ja. Beide ihr Maul bitte? Brücken gleich, bitte gleich, okay? Ja, das ist besser. Wie sieht das besser aus? Ja. Gut, dass ich nicht gelaufen bin. Du hast so eine Brille auf. Ja. 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 Stein. Ja, da ist irgendwas auf jemandem. Wenn er gar nichts hat. Okay. Keine Leuchten im Stock. Das ist das Problem. Jeder sagt er nicht so. Ich stöcke ein Warten, aber ich leuchte nicht mit so einem Stock. Ich möchte die Hose schocken, oder? Geht ja nicht. Okay. Ist er zu nah? Hat er das Messer gehabt? Aufwarten. Puh! Spucken. Er zeigt eine Reaktion. Diese halbe Sekunde Reaktion bin ich schon weg. Ja. Und Fehlengeld. Spucken. Wenn du Kleingeld hast, es gibt zwei Wurftechniken. In Nahdistanz, diese Wurftechnik. Ja. Okay? Im Weit-Distanz, das hier. Im Nahdistanz hat es keinen Effekt. Ist nicht effektiv. Es ist ein Schrecker. Genau. Aber das hier, boom, da hat mehr Power. Und wenn ich von weit weg bin, fahre ich in die Föße. Geld nicht. Immer nicht verschrauben. Immer vier, fünf Folgen drin haben. Schade dich. Das ist ein Schade. Das ist ein Schade. Das ist ein Schade. Und das ist ein Schade. Jeder hat ein Handy. Wifft das Scheiß-Handy ins Gesicht. Wichtig ist, dass er in dem Moment so etwas ins Gesicht wirft, dass er eine Reaktion zeigt. Okay? Wenn ich jetzt hier spucke, hey Kilsicher macht jetzt schon mal diese Reaktion. Ja. Und bitte lässt sich versuchen jetzt nicht. Wie diese Sachen. Vergiss so einen Scheiß. Es gibt in Hollywood viel mehr. Realität ist anders. Realität ist das hier. Wenn ich jetzt... Versuch mal zu blocken. Okay? Vorbei. Tschüss. Okay? Das ist Realität. Und ein Treffer ist schon vorbei. Dann macht er nicht mehr weiter. Dann hat er schon mal einen Stich und es blutet. Es tut schon so wie... Will jemand anderes probieren? Komm, du. Ich mag ihn. Okay? Jetzt habe ich das Messer. Er will jetzt blocken. Okay? Natürlich, wenn ich das jetzt in den Schuhen so mache. Mach das. Mach. Schön. Mh. 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 Okay. Und jetzt wenn ich hier zucke. Ja, kann schon. Ja, kann schon. Kann schon. Wie gesagt. Jeder von euch wird jemanden, wo ihr liebt. Kinder. Frau. Mann. Ihr habt eine Familie. Und ihr müsst euch. Deswegen müsst euch richtig beschützen. Beschützen ist nicht beschützen. Man muss sich richtig beschützen. Es muss nicht schön ausgehen. Ich brauche keinen Zeitfluss. Ich brauche keinen Fliegender. Ich brauche keinen Fliegender. Ich brauche nicht diesen Schlafhaus. Deshalb brauche ich ihn. So ein Schlafhaus. Es gibt uns egal. Jeder labert über den. Aber er ist der realste Hollywood-Schauspieler. Weil er alles real macht. Der kann es aber auch, oder? Der kann es auch. Ich habe ihn getroffen in der Lehre. Der ist fast 2,5 Meter groß. Und der Mann. Ich habe ihn noch nie gesehen, dass er irgendwie fliegende Sachen macht. Er ist einfach gerade. Und das ist wichtig. тр der Aufmerksamkeit ist das in der Angwide ho 14-19. Die